Wer sich zu Hause keinen riesigen Fernseher ins Wohnzimmer stellen möchte, aber trotzdem ein großes Bild haben möchte, der ist auf Beamer angewiesen. Aber dass das keine Alternative oder eine Notlösung sein muss, sondern ein Vorteil, das zeigt heute X-Jimmy auf der IFA 2023. Welche Vorteile der Horizon Ultra mitbringt, zeige ich euch jetzt. Vorteil Nummer 1 ist die 4K-Auflösung. Das heißt, ihr habt ein gestochen scharfes Bild und das liegt daran, dass der Beamer optisch zoomt. Der zweite Vorteil ist die sogenannte Dual-Light-Technologie. Und zwar werden die Vorteile der Lasertechnologie kombiniert mit den Vorteilen der LED-Technologie. Durch die Lasertechnologie habt ihr einerseits sehr brillante Farben und ein besonders helles Bild. Und durch die LED-Technologie werden eure Augen nicht so schnell ermüdet. Das heißt, es ist nicht so anstrengend. Der dritte Vorteil nennt sich ISA 3.0. Im Prinzip ist das eine automatische Bildanpassung. Das Bild wird nämlich automatisch an den Rahmen angepasst. Ihr habt einerseits natürlich eine Trapezkorrektur und das Bild wird auch automatisch an die Fläche angepasst, auf der es projiziert wird. Vorteil Nummer 4 ist eine Funktion, die X-Jimmy Intelligent Eye Protection nennt. Wir haben weniger Blaulicht im Bild und andererseits, wenn ihr durch das Bild lauft oder wenn eure Kinder durch das Bild laufen, werden sie vom Beamer nicht geblendet. Der fünfte Vorteil ist die automatische Farbkorrektur. Und das fand ich vorhin super faszinierend, denn diese Wand ist eigentlich pink. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Ganze super smart. Ihr habt an Bord außerdem Dolby Vision, ein gutes Soundsystem von Harman & Kardon und Android TV. Also mehr geht eigentlich nicht und ich habe jetzt richtig Bock, direkt hier in den Film zu schauen.